Brutal hier alles. Ja. Boah. Da steht der nächste schon schwange. Ist das so schlecht, ey. Alle machen hier nur ihre Takedowns, ey. Oh, und jetzt bin ich wieder dran, jawoll. Captain Price. Oh Gott. Auf dem Fall, ich rufe schon oft eine Kugel in den Hinterkopf. Und ich hatte den anderen Price. Der hat mich zu Boden geworfen und mir mit der Axt in den Hals geschlagen. Achso, auch nett. Klingt auch schön. Twin Towers oder Promenade? Battle Royale. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Du führst... Gas nähert sich deiner Position. Bewegt deinen Hintern. Ja. Absprungzone markiert. Bereit machen. Nein. Ja. Ignorier meine... Ignorier meine Absprungzone. Okay. Soll ich auf demselben Dach landen? Ich lande auf dem rechten jetzt. Wenn ich jemand ficken will. Ach, boah. Bremst du nicht ab? Ich lande jetzt direkt da. Straight. Ohne Gnade. Ey, er hätte es schon. Ziele sind markiert. An die Arbeit. Guck mal, viele andere denken ja auch so, oh ne, da landen schon welche. Driften wir mal lieber ab. Ja. Gibt natürlich auch diese bestimmten paar Arschlöcher, die damit dann einfach erst recht da landen dann wahrscheinlich. Gut. Hier hinten runter. Ja, mit Sicherheit klar. Na ja, manche... Gibt ja solche und solche Spielgruppen. Jupp. K.O.D. 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 Ach, morgen der letzte Arbeitstag. M13 mit Schalldämpfer. Sehr schön. Wie lange habt ihr Urlaub? K.O.D. Bis Anfang Juli, glaub ich, irgendwann. 2. Juli oder? Ich glaub am 5. Muss ich wieder. Da ist dann wieder mein... L.M.G. Lokalisiert. Die Brünen. Oben, auf dem anderen Twin Tower ist übrigens ein... Ah, der König, ja. B.I.P. Ziel. Ja. Kommt näher, kommt rein. Was ist da weggerannt, Alter? Der ist genau in die andere Richtung gerannt. Der war halt erst hier reingekommen, aber ich hab ihn nicht gesehen. Hast du diese Täuschgranate geworfen? Die Täuschgranate. Der ist halt irgendwo auf dem Haus, glaub ich. Ah, jetzt ist er da hochgerannt, genau. Ah, da sind zwei Gegner, die beschießen sich jetzt da. Ich geh erstmal ins Haus rein und loote hier ganz entspannt. Würde ich sagen, oder? Hier ist einer, hier unten. Da tut sich was. Nein, jetzt ist er ins Haus hier reingerannt. Da tut sich was. Äh, scheiße, das hat leider nicht... Ja, der hat mich nicht gesehen, aber war ungünstig. Ah, Mann, der ist hier oben noch, der Idiot. Termin eingesetzt. Ich glaub, jetzt ist er runtergesprungen. Ich geh hier mal aufs Dach rauf, ja. Ich hoffe, ich werd nicht abgeknallt, wenn ich auf der Leiter bin. Bitte nicht. Boah, hier sind drei Leute, werden im Umschlag von 32 Meter angezeigt. Richtung Westen, Richtung 287, zwischen 250 und 280. Hier, ich bin tot. Oh, Mann, hier oben. Der lauert hier schon, du dumme Wichskind, ey. Ja, der hat schon gewartet. Na ja, keine Chance. Und genau der ist nicht erfasst, der hat Geist. Geil. Hm, cool. Wenn du hier beweist, geh dich zurück an die Front. Wenn hier ist du, ist dein Kampf vorbei. Ah, der muss... Ah, egal. Komm, ich zurück. Du bist dran, Soldat. Zeig diesem Mistkerl. Ja, genau. Ne, im Moment stimmt mein Timing wieder nicht. Ich hab ein ganz schlechtes Timing aktuell wieder. Hat dein Team genug Geld, kann es für deine Befreiung bezahlen. Richtig schlechte Timing, ey. Mann, 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 ey. Na gut. Jetzt hab ich da von meiner Abenteuerlust, ja. Ah ja. Ja, da oben war der. Kann ich sagen. Oh, falsch schon. Das sind die Scheiß-Wix-Kette hier. Irgendwo sind hier Schritte. Oh, ist da nicht gerade einer aus der Tür ausgekommen? Sehr gut. Sehr gut. Aber da ist noch einer irgendwo. Na klar. Boah, ist voll der Killer. Richtig gut gemacht. Der lebt noch. Yes. Sehr schön. Der wird sehr schön. Schöne Ding. Das war jetzt auch mal so für das innere Selbstbewusstsein. Na, das hast du aber echt gemacht. Das ist noch unsere Selbstbewusstsein. Na, du strahlst da nach außen aus. So. Hier oben wurde ich getötet. Wahrscheinlich von innen von den beiden, oder? Ne, hat mal ein anderer. Mit so einem roten Tuch im Kopf. Der stand hier rechts um der Ecke, aber der wird natürlich schon lange wieder weg sein. Zwang ist natürlich auch nicht perfekt. Ah, ich gucke mal. Ach so, ja. Stimmt. Warte mal, ist noch einer hier irgendwo? Im Superstore. Oh. Hier sind Gegner auf jeden Fall da, wo mein Boppel ist. Hab ein Ziel markiert. Schade, wenn ich mich jetzt hätte aufstutzen können, hätte ich sie gemacht. Ah, der nächste Shop ist im Superstore. Oder noch weiter hinten. Na. Landet einer? Der war das. Was? Fotze. Was? Oh, da kommt auch noch einer an. Oh, nee. Oh, nee. Ach, Mann. Voll die ganze Natur vermasse da. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Ja, gut. Da kannst du nichts machen. Ganz sicher nicht. Kannst sicher nicht. Ich war jetzt halt einen Fall. Den habe ich halt nicht hier. Ich meine ich schieße auf den... Naja deswegen. dann wirst du ja die anderen sowieso nicht anlofen, komm kannst du hier nicht aufteilen ne, das wär schön das wär schieten, aber das wär dann schön ja, sehr schön schöne, schöne okay, was kannst du denn machen? phoenix aufträge kopfgeld keine lupe doch hier, hier ist ne lupe ach nee, warte mal, hier ist auch noch einer gar nicht so weit weg ich bin hier sowas von am Arsch ich muss jetzt erstmal in irgendeine Richtung laufen so, Robert mach mal in Ruhe vielleicht find ich da einfach noch ein bisschen Geld ich brauch ja nur noch 2000 das geht ja eigentlich einen Auftrag, genau, einen hatte ich da drüben markiert ansonsten ich wusste es ganz genau ich wusste es ganz genau, dass es jetzt losgeht dumm Wichser naja, was macht er jetzt der wird wahrscheinlich oben da weiter rumgammeln oh, nimmst du das Auto hier? oh, da vorne landet einer geradezu aber egal wo war? da, vor dir bei der Ausrüstung nein, was? ist das ne dumme Fotze ich dachte, der ist gerade frisch gelandet ja, dachte ich auch ich hab nur ah, Gott, ey heute ist aber wirklich ganz, ganz wir entschuldigen uns heute mal so ein bisschen definitiv heute ist ne Menge Unvermögen bei auch ein bisschen Pech aber auch ein wenig Unvermögen ich muss mal wieder ein bisschen Defensive spielen ich bin auf jeden Fall zu forsch vorhin gewesen auch schon wieder du bist ein Killguy geworden aber ich fände es nicht schlecht muss ich sagen ja, aber jetzt ist es gerade zu viel gewesen wieder ich sehe drei Leute also drei rote Punkte auf der Map und denke mir halt ja gut, die sind da miteinander beschäftigt vielleicht kann man sich irgendwie reinschleichen so als lachender Dritter dann aber das funktioniert halt aber wir wären ja auch nur besser wenn man daran so ein Stück weit arbeitet weißt du wenn wir jetzt vielleicht mal das ist ja gut das sollten wir auch immer regelmäßig machen aber vielleicht wenn wir jetzt wieder unsere alte Strategie fahren mit dem Schleichen und halt nicht wenn zwei Kämpfer anstehen die hoch annehmen aber halt nicht mal aktiv wegrennen aber halt nicht unbedingt suchen hoch und nur jagen wenn sie halt wenn sie uns wirklich vor der Latichte direkt rennen na so wie vorhin den den ich da schon an der Tür an der Doppeltür da fast tot gekriegt habe den ich da noch hinterherrand bin ja genau ja ja das muss da einfach sein 499 Euro soll die wohl kosten die Playstation ne gibt es jetzt schon mehrere mehrere Leaks die das irgendwie bestätigen wohl die mit Laufwerk ja oder was ja ja genau ja ja okay also ist die ohne denn billiger oder ist die teuer ne 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 die ohne die ohne wird wahrscheinlich 399 kosten munkelt man also wenn die wirklich so gut ist so wie teilt auf dem Papier sich an sich anschaut dann gut ab also dann ist es natürlich nicht teuer finde ich so und eigentlich müssten sie sogar für 485 Euro äh die raushauen wegen der Mehrwertsteuer halt wegen der 3% ja gut theoretisch zumindest jawoll genau reingeflogen da ins Rotorblatt das rote Törchen ja das rote Törchen was denn da aber dich kann ich nicht voll der sicht so Struck ne mich kannst du nicht filmen ne ich habe Munition aber ne ich habe Munition aber ne ich kann es nicht filmen ne ich ne ich gleich schnell Ich dreh gerade hier noch. Ja. Nur jetzt aber mal wieder. Ich glaube, so viele Runden ohne Top Ten hintereinander hatten wir noch nie. Nee. Gefühlt. Ich habe hier eine Peststrähne. Unvermögensträhne. Oh, ich habe wieder so ein gemischtes Gesicht, oder? Oder? Ja. Ich habe wieder so ein Mixface aus dem Sniper und dem Price. Käpt'n Miller. Käpt'n Miller, den zum Hengst. Genau. Und. So. Was ist der mit Train Station? Da sind drei Aufträge nebeneinander direkt. Nee, vier sogar. Relativ nah. Ah ja, hier. Ausrüstung, mal auf. Ausrüstung, mal auf. Ausrüstung, mal auf. Ausrüstung, mal auf. So, warte mal. Gott, das ist wieder nichts. Das ist schon. Oder wollen wir den hier hinten nehmen? Ausrüstung, mal auf. Der ist da auf dem Dach. Ja, von mir aus nehmen wir den da hinten, ja. Da steht mal ein Name drauf. Ich lande da jetzt einfach. Oh Gott, ich habe gerade so noch den Fallschirm gezogen, ey. Oh, bitte, gib mir irgendeine verdammte Waffe, ja, hau. Ich habe schon was verdrängt. Na, dann ziehen wir den dort gleich durch, war, den Auftrag. Was habe ich denn eigentlich hier? Ja. FAL oder was? Würde ich auch sagen. Ist aber auf dem Dach drauf, ja. Ach so. Äh, shit. Stehst du da irgendwie anders drauf? Oh, da kommt man wieder nicht. Das war ich. Da kommst du wieder nicht rauf, ja? Irgendwie von... Kau mal eine Drohne raus. Warte mal, kommt man vielleicht von oben ran? Naja. Äh, von unten meine ich natürlich. Von oben. Von oben kommt man auf jeden Fall ran. Ach, ja, von oben. Ach, das ist ja schon wieder nervig, so ein bisschen nett. Hier landet einer. Oder was ist das? Ein Geräusch. Ach, nee, das ist das Feuer von dem Wrack. Oh. Gott, ey. Kann man doch nur von dem Dach hier raufkommen, oder? Warte, ich probiere das nochmal. Ich habe noch eine Idee. Dass wir nur das Treppenhaus hochkommen. Ich habe fast geschafft. Ja, sehr gut. Jo. Wunderbar. Schön. Ich habe ein kleines Schlag gefunden. Die andere ist ja auch direkt hier im Haus, ne? Das ist ja praktisch. Ja, auf jeden Fall. Richtig geil. Ich habe schon so eine Panzerungstasche. Kannst du das haben? Ja, dann nehme ich die. Okay, wunderbar. Wir haben ja schon 10.000. Wir können... Gibst du mir dein Geld, dann hole ich Loot. Ja, warte. Ach, der Shop ist ja gleich hier. Der Shop ist ja gleich hier vorne. Ja, perfekt. Der ist doch noch nicht eröffnet. Hier war auch noch keiner. Okay, warte mal. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Ich habe jetzt mal die M4-H1 mitgenommen. Ich habe jetzt mal M13 voll aufgerüstet und einen Scharfschütz nehmen wir. Also ich habe jetzt keinen Geist. Okay. Ich habe ein Auto noch. Ich nehme mal den Auftrag hier noch an. Ist ja gar nicht so weit weg. Die eine Küste zumindest soll ich hier. Ich kann dir direkt umgeben. Ich habe ein Scharfschützengewehr. Aber ich wollte es mal riskieren. Oh, voll überlaut, ey. Krass. Schöne Waffe auf jeden Fall. Das ist ein bisschen weiter weg. Ich kann hier vorne in das Haus hin und du kannst dann da rüber laufen. Wenn du darauf Lust hast. Wo soll ich rüber laufen? Ach, da zur Kiste. Ja, zur Kiste. Ja, und ich gebe von hier oben Deckung. Ich finde hier auf jeden Fall gut noch. Ich gehe jetzt los, ja? Ach so, ne, warte mal. Du bist ja noch gar nicht da. Warte, warte, warte. Ich komme. Also ich gehe los. Warte mal da oben. Ne, doch nicht. Okay. Ah, die ist hier drin. Die ist hier drin. Oh Mann. Ach, in der Garage hier. Da eigentlich nachkommen, oder? Ja, wollte ich auch gerade sagen. Okay, sehr schön. Geld. Hast du einen Herzschlag-Sensor? Unterwegs. Sieht aber ruhig aus. Ich habe mal ein Haus gepinkt, wo wir mal reingehen könnten. Da ist auch die Kiste drin. Passt. Okay, wir müssen nur aufpassen, da ist die Scheibe schon kaputt. Ach, ne, doch nicht. Sah nur so aus. Okay. Oh, irgendjemand hat gerufen hier gerade. Irgendjemand hat gerade gerufen. Feindbeschuss. Irgendso ein Russe hier. Aber war noch weiter weg. Wollte mal Herzschlag-Sensor mal rausnehmen. Ist gut aus. Okay. Hier ist noch Totenstille. Ausrüstung markiert. Perfekt. Feindliche Drohne über uns. Krass. Haben wir aber ordentlich Geld. Jetzt können wir erstmal... Äh, die... Weiß ich nicht. Wiederbelebung. KPNKO, aber die beleben sich dauernd wieder. Da drüben. Achtung, Achtung. Wagen. Hier unter uns. Feindliche Drohne über uns. Der König ist ausgestiegen, glaube ich. Wo sind denn die? Ach, da drüben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe doch einen Clusterschlag, warte mal. Ich bin tot, genau, ist klar. Ich bin doch noch runtergegangen, hör doch auf. Ich komme unten lang. Das muss ich eigentlich von der Zeit her schaffen. Ach, du bist drüben. Nee, warte mal. Jetzt kommen sie bei mir hoch. Ach, du bist das, oh Gott. Ich bin so dumm. Keine Angst, du kommst du. Das Gas weichert sich aus. Sicherheitszone fertig. Danke, warte mal. Ich gehe erstmal hinten rein, mir die Platten reindrücken. Der Schlag ist ruhig. Ich wollte halt unbedingt meinen Clusterschlag da. Ja, der sitzt. Ich überlege, ob ich es noch mal, soll ich es noch mal probieren? Mit dem Clusterschlag? Wir sind im Haus. Nehm an. Probier es doch noch mal. Komm, ich bin doch hier. Ich habe auch noch Platz. Neben uns ist es auf jeden Fall irgendwas. Ziel markiert. Drauf halten. Okay, mal gucken. Ich glaube, ich habe einen Kopf gesehen, aber kann sein, dass die schon weg sind. Mal gucken. Was? Nichts. Nichts getroffen,, wa? Alles klar. Ja. die sind anscheinend weg hier bei meinem ping ist ein regner 165 das kommt sie sind hier im nebenhaus platziere claymore platziere claymore im nebenhaus einst den anderen aufachter wenn du in richtung roten guckst du in dem nebenhaus da wo das auto davor steht waren sie auf alle fälle gar nicht das stimmt haben sie auch gepinkt aber der herz schlagt sich hier hätte totenstille vielleicht einfach mal da reingehen auf totenstille wir haben auf jeden fall genug um uns noch alles zu kaufen was wir wollen ja oder lass das erstmal priorisieren dann lass erstmal unseren einkauf abschließen warte mal wo kommen wir denn hin das ist alles scheiße hier ist das nächste habe eine vorratsstation markiert hat 47 meter mach mal bei mir totenstille an naja ok sag bescheid wenn du rein rennst dass ich hier nicht los trampel boah ich werd beschossen ich geh jetzt mit totenstille rein schießen vom haus müsstest du das auf der karte sehen eigentlich ok ich bin in der claymore gerannt oder irgend sowas alles klar und auf einmal steht hinter mir einer wie aha wieso höre ich den nicht ich bin tot ja ich sag ja ich bin zu aggressiv im moment das ist irgendwie nicht gut die kämmerer ja ist das schlecht ich bin hier total in der falle so mit dem raketen naja naja klar das steht da ja auch total offen bin ich dumm ey wenn du hier gewinnst geht's zurück an die front verlierst du ist dein kampf vorbei hei hei Robert was ist los heute mit uns läuft nicht naja damit wir nicht Hammer schmeißen ist halt so oh jetzt so ja geht doch bereit machen für einen neuen Einsatz oh ey echt nur Wichse zusammengespielt bis jetzt ok gut lande bei der Ausrüstung so jetzt aber ok hab ich geil jetzt ist hier noch der Rauch von meinem Vordermann na dit ist ja mal ein geiler Bug ach hier sind wir doch gerade gestorben na geil hier bin ich schon wieder boah ist nicht dein Ernst ey wir haben nur noch dich erledige das ah scheiße ach ja genau aber jetzt wirst du gejagt geil äh gut dann werde ich mir jetzt Auto nehmen hier vorne den kleinen Buggy da hallo ey ey gut ja ich nehme den Buggy kannst du ja mal irgendwas pingen vielleicht gibt es ja irgendwas was Sinn macht oh warte ich hab's gerade wieder Ende voll aber erstmal Richtung Nordosten Norden so dann äh ja ähm jetzt sind nur noch Rotzdinger dabei äh okay gut da haben sie mich aber schnell aus dem Auto geholt alter das ging aber ratz ratz ja na du bist aber auch nur die Schütze da in dem in so einem Quad muss man halt auch dazu sagen ne ja ja ist auch gut ja ist auch gut wird ja mega jetzt hat er jeden Schuss schon wieder versenkt hier beim Autofahren hätte ich nie im Leben leid bei mir wär da alles rumgegangen aber nicht nicht den Fahrer den hätte ich nicht getroffen ey nicht an einem richtig guten Tag wo du dich total konzentrieren kannst da werdet du guck mal wie vor einer Zeit liefert er richtig gut bei dir du bist noch ja nicht so lange her heute ist halt noch ein bisschen Pech dabei ich trink jetzt erstmal so ja und gönn dir mal ein bisschen Alkohol der nimmt die Probleme ja hallo das mag ich den Schnaps trinken das sind wann das was vernünftig das ist was richtig jetzt das ist auch dein einziger Freund hallo hallo ach man ey ich hab dir mal ans Glas gepisst das ist für ein Spargelfeuer neu gesessen ach warte mal ich hol mir mal ein paar Nüsse oh ich hab einfach keine Energie was ne wir gewinnen überhaupt nichts wir verkacken alles wegen mir heute wo sind denn die Nüsse jetzt nein wo sind denn die Nüsse ach die sind da oben weiß ich doch nicht Robert weiß ich magst du mich denn die ganze Zeit hier Nussfach na ne 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 ne